Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute zeigen, wie ihr den Müller Fotoservice nutzen könnt. Wir wollen euch einfach mal zeigen, wie ihr einen Abzug online bestellen könnt. Und dazu ist es natürlich erstmal wichtig, dass ihr bei euch im Browser die Internetseite müller.de slash foto aufruft. Danach gibt es hier oben in der Reihe einige Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel hier ein Fotobuch bestellen, aber wir wollen ja Fotos an sich bestellen und zwar Fotoabzüge. Hier gibt es auch nochmal unterschiedliche, zum Beispiel Fotosticker sind hier noch mit dabei oder auch Fotosets. Aber wir wollen die ganz klassischen Abzüge hier bestellen. Jetzt werden wir hier auf eine Produktseite weitergeleitet. Hier werden gleich ein paar Informationen angezeigt. Hier zum Beispiel auch der Preis. Man kann sich hier auch mal die Resultate anschauen, wie das Ganze so aussieht. Ja, das sind halt ein paar Beispiele. Aber wir gehen einfach mal auf jetzt online bestellen. Das ist die einfachste Möglichkeit. Und nun kann man sich entweder anmelden und dann auf seine eigene Galerie hier zurückgreifen. Aber wir gehen einfach mal auf Foto hinzufügen. Und nun müsst ihr ganz einfach die Fotodateien auf eurem Computer hinzufügen. Und diese werden dann dementsprechend hochgeladen. Ihr seht jetzt schon das eine Bild hier. Paris.jpg nennt es sich. Und hier gibt es immer eine kleine Bewertung von Müller, wie die Qualität vom Foto aussieht. Also ob das zum Beispiel eine gute Qualität ist, ausreichend oder schlecht. Das ist natürlich ein guter Hinweis, da wenn man größere Abzüge bestellt, hier zum Beispiel, es dann natürlich schade wäre, wenn die Qualität nicht so gut wäre. Ja, in diesem Fall ist aber alles in Ordnung und man kann hier ganz einfach fortfahren. Hier kann man noch die Formate wählen. Neuner, Zehner, Elfer. Also mit Elfer mit Rand oder ohne Rand ist hier ebenfalls möglich. Man kann auch Mini-Fotos bestellen, wie man möchte. Nehmen wir einfach mal die Elfer hier. Dann kann man hier die Anzahl auswählen, zum Beispiel zwei oder noch mehr. Und es ist natürlich auch möglich, hier jetzt noch weitere Fotos hinzuzufügen. Aber es gibt hier rechts an der Seite noch die Möglichkeit, einige Sachen einzustellen. Zum Beispiel kann man hier Fotos auf Premium-Papier wählen oder auch Fotos auf Standard-Papier. Dann nehmen wir einfach mal Premium-Papier. Das Format kann man hier auch nochmal auswählen an der Seite. Ist so ähnlich wie hier auch. Dann kann man einen Index-Titel hinzufügen. Es ist möglich, noch eine Bildoptimierung hier durchzuführen oder die auszuschalten. Die möchte ich jetzt hier ganz sicher ausschalten, da ich einfach das originale Foto haben möchte. Und dann sieht man unten rechts auch die Anzahl der Fotos, die Anzahl der Abzüge und letztendlich hier auch den Preis. Wenn man jetzt sagt, ist alles soweit in Ordnung, kann man das Ganze hier in den Warenkorb legen. Das Ganze wird hier weitergeleitet und jetzt befinden wir uns auch schon im Warenkorb. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Zweitenmöglichkeit eins ist, dass das Ganze per Postversand zu euch nach Hause gesendet wird. Das kostet 2,85 Euro oder man kann sich das Ganze im Müllermarkt vor Ort für 65 Cent abholen. In diesem Falle wäre der Preis jetzt hier bei 34 Cent und zusätzlich kommen noch die 65 Cent drauf und da wäre man jetzt hier bei 99 Cent. Es gibt dann hier noch die Möglichkeit, einen Gutscheincode einzulösen, falls ihr einen bei uns auf der Seite gefunden habt. Aber sonst ist das auch schon dieser gesamte Bestellprozess. Es geht jetzt noch im nächsten Schritt weiter mit der Anmeldung. Dort wird nochmal alles registriert und auch gespeichert mit euren Daten. Aber dann ist die Bestellung auch schon abgeschlossen. Das war es aber von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.